Hallo und stillgestanden hier zu einer neuen Folge mit mir, dem Commander und dem lieben Speaking Weapon. Hallo Leute und seid herzlich willkommen hier auch von meiner Seite. Wir haben ein neues Projekt angekündigt. Wir wollten nur nicht, dass ihr Wert der Begrüßung euch die Vorfreude schon genommen wird und haben uns hier so ein wenig eingemauert. Ja, ich glaube wir fangen mal an. Sollen wir Überraschungen machen oder sollen wir jetzt einfach mal einzählen, wie viele Mods hierbei sind? Wie viele Mods es gibt, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, um mir nicht zu sein. Okay, aber wir können mal so ein paar Beispiele aufzählen, die wirklich bekannt sind. Industrycraft zum Beispiel. Ja. Mindsham. Ja, das sollten die meisten von meinen Abonnenten kennen. Genau. Von meinem letzten Projekt. Und dein absoluter Lieblings-Mob ist auch dabei. Ja. Und zwar das mit den Raketen, um andere Sternensysteme zu besuchen. Und der für die Werkzeuge. Der Tinkers Construct. Mhm, genau. Und einer meiner Lieblings-Mobs ist auch noch dabei. Railcraft. Oh ja. Es wird hier eine sehr lustige Runde geben. Ich würde sagen, wir lüften mal den Vorhang. Ja. Ja, dann auf geht's. Wir lüften den Vorhang hier einmal alles weg. Und dann könnt ihr schon gucken, hier ist die neue Welt. Und ich habe einen Sapling. Ja, ist ja jetzt nicht die Welt. Können einen Sapling wird man uns doch wohl hoffentlich gönnen, ne? Oh ja. Ich habe auch irgendwo gerade Cotton Seeds aufgesammelt. Ja. Das ist die neue Welt. Das Ganze mit Shader und Grafik-Pack hier bei mir auf meinem Kanal. Und bei mir ist das nur ein Texture-Pack. Du hast nur das Texture-Pack. Ja. Das hier ist unser Startpunkt. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal direkt eine Heimatbasis, weil... Weil, 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 wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Ich glaube, es wird kritisch. Wir müssen uns beeilen. Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen gequatscht. Und ich habe die Zeit jetzt nicht so zurückgesetzt. Holst du Holz? Ich planiere mal hier vorne in den Berg so eine kleine Höhle rein. Ja, mache ich. Damit wir schon mal ein paar Sachen machen können. Und wenn wir erstmal nur die Tinkers Construct Wood Sachen machen. Ja. Und ein ganz besonderer Mod ist mit hier drin, was auch nochmal ein bisschen vereinfachen wird alles. Und zwar ist das der Wine Miner. Ist einfach so ein Mod, was großflächig Dinger bauen kann. Abbauen kann. Abbauen kann, ja. Der Wine Miner ist ähnlich, bei Bäume wirkt er ähnlich wie der Holzfäller-Mutz sozusagen. Damit kann man ganz einfach Bäume fällen. Das heißt, du klickst den unteren Block an und der ganze Baum fällt. Genau. Und so bei Cobblestone oder auch bei Erde und sonst irgendwo baut man auch den richtigen Tool dafür, damit man das eben abbauen kann. Und dann verschwindet dort auch so ein ordentlicher Radius. Aber natürlich geht auch die Haltbarkeit dementsprechend runter. Damit es auch ein bisschen fair ist. Du solltest dich bitte beeilen, weil ich sehe es gleich schon kommen. Wir haben hier gleich schon nach. Ich fange an, hier schon den Unterschlupf ein bisschen zu bauen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Allzu viel ist es aber auch nicht mehr. Weil da hinten färbt sich schon rot bei mir. So je nach Winkel. Rot? Rot, ja. Okay, Horizont einfach nur. Ja, Horizont, genau. Hier kannst du dich gleich dann einmal austoben. Ich habe noch 17 Erdblöcke, damit muss ich versuchen, irgendwie hier eine zweihore Barrikade reinzumachen. So. Legen wir das mal hier hin. Dann bereite ich schon mal für den Tinkers Construct alles vor. Ja, das wäre ganz gut. So, ich lasse jetzt dieses eine Fenster, damit wir noch ein klein wenig Licht haben. Es ist zwar relativ dunkel hier drin. Ich weiß ja nicht, wie viel Holz du hast. Ich habe ein bisschen was geholt, ja. Weil sonst könnten wir nämlich gleich gucken, ob wir Holzkohle machen, damit wir wenigstens zwei Packern kriegen. Das sollte hinhauen. So. So. Alle Tools sind ready. Achso, eine Sache fehlt noch. So. Ich musste mal eben gerade das Service-Window verschieben. Was hast du denn da jetzt in der Hand? Das ist ein Pattern-Chest. Achso, ja. Das ist das und... Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen klein gebaut. Ich habe glaube ich, ja. Der hier ist an der falschen... Der hier, auf dem ich stehe, ist an der falschen Stelle, glaube ich auch. Weil damit machst du die Patterns. Ja. Die musst du die beiden tauschen. Und ich habe ein zu wenig gemacht. Ich habe einfach nur ein Crafting-Table gemacht, aber nicht... Den, 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 wie ist das? Den dazugehörigen... Lighting-Cars-Teil. Ah, warte, den habe ich jetzt eingesammelt. Da ist er. Und da hört man schon, es geht gleich direkt los. Pool-Station, genau. So. Boah, die könnten aber hier noch reinschießen. Ja, dann warte, ich mache das zu, aber da brauche ich... Hast du Holz, aber... Dann könnten wir hier Stein abbauen und dann könnten wir uns eben einen Ofen craften. Dann können wir Holzkohle machen. Ah, ja. Wenn du Holz hast und eine Picke machen kannst, dann kannst du das abbauen, weil ansonsten kriegst du das nicht abgebaut. So, ich mache es mal eben. Ich mache das, das. Pick-Exit, genau. Ähm, das hier brauche ich, glaube ich. Und, ne, Stick brauche ich nicht unbedingt. So, Holz rein. Also, wenn was kommt, dann kann ich es noch zur Not zubauen. Ich gucke die ganze Zeit schon. Guck. So, so, so. Natürlich Fallschrumpen. Und Pack-Ex. Jetzt habe ich hier zwei Steine. Ich lege dir die mal in den Table schon mal rein. in den Constructing-Table. Ja. So, Ofen haben wir schon mal. Ja, dann stell den mal irgendwie da in den Ausfub rein, wo du das hier gemacht hast. Oder willst du ihn hier auch mal hin? Einfach mal oben in der Ecke. Okay. Hast du noch zwei Holz? Dann guck mal eben... Ah, ja. Guck mal, jetzt kriegen wir auch wenigstens schon mal etwas Licht hier. Sobald wir Fackeln haben. Und dann bauen wir uns, würde ich sagen, wir sind gerade hier an einer guten Stelle. Ich würde sagen, wir bauen uns hier wirklich in den Berg rein und bauen unser Zuhause hier in den Berg rein. Das könnten wir auch machen. Das habe ich im Singleplayer auch gemacht. Das ist ganz cool. Also, es ist... Schön, was ich das schon in zwei... In zwei Ebenen jetzt schon fertig habe. Kohle, Kohle habe ich noch nicht. Kohle noch nicht, aber Holzkohle müsstest du jetzt haben. Ja. Dann mache ich erst mal zwei Stück. Der eine Kohle lasse ich mal. Ja. Hauptsache, damit wir irgendwie zwei, drei Fackern hier drin haben, damit ich hier drin nichts spawnen kann, wenn wir uns weiter wegsetzen. Ich mache hier vorne. Ja, genau. Genau, genau, genau. So, jetzt kann ich nämlich die Tür zumachen ganz. Ah, schön. Den Gas. Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht. So. Weißt du, was wir jetzt aber erstmal in aller Ruhe machen? Ja? Was? Wir machen jetzt erstmal wieder unsere Party hier. Party? Mhm. Ach, das meinst du mit Party. Jo. Create Party. So. Invite Player. Okay, ich muss den Namen wirklich... Komplett ausschreiben. Nein, nicht nur komplett ausschreiben, sondern ich muss den auch wirklich groß-klein schreiben. Mhm. Wenn ich das nicht mache... Z. Ja. So, und wir haben... Oh, wir haben schon Quest 5 gekriegt. Und Quest 1 aus deinem Buch habe ich jetzt mit aufgekriegt. So, jetzt muss ich mal gerade eben gucken, wie ist die Party denn eingestellt. Nicht, dass wir wieder mal mit Sherrod... Mit Sherrod, ähm... Aber in Reward, Multiple Awards, nein... Shared Rewards, das heißt, wir haben einmal und Shared Lives. Nein, Individual Lives. Das machen wir. Dann wird auch schön der Counter einzeln gezählt. Genau, dann wird ein schöner Counter gezählt und dann passt das. Getting Started nehme ich mal auf meine Kappe. Nimmst du dann aus Tools und Weapons den Quest für dich? Ja, mache ich. So, dann... 5 Holz solltest du abbauen. Wir kriegen Information. Cobblestone oder Oakwood? Was können wir besser gebrauchen? Cobblestone haben wir genug. Ich glaube, wir haben ja eine Picke. Das ist beides so ziemlich unnötig. Ich nehme dann einfach Oakwood. Einfach Oakwood. Okay, dann nehme ich Oakwood. Zack, Oakwood. Und ein Buch haben wir gekriegt. Information. Welcome. Ich lese das einfach mal vor und versuche es zu übersetzen. Wäre besser, ja. Ja, ich gebe dir das dann rüber. Welcome to Space Astronomy Mod Pack. Also willkommen zum Space Astronomy Mod Pack. Dieses Buch wird dir einige Tipps und Informationen geben. Die können sehr hilfreich sein. Sei vorsichtig. Entdecker rund im gesamten Universum. Around the Universe steht hier jetzt. Den Zusammenhang kriege ich nicht ganz so zusammen. Oh, das sind aber vier Seiten, ey. Holla, die weit vier. Das Questbuch has been recycled and is more of a questline. Also es gibt ein Questbuch. Das haben wir ja schon gerade gesehen, wo ich dieses Buch hier rausgekriegt habe. Das wird uns eben halt so eine grobe Laufrichtung, was wir wann, wie, wo machen müssen, vorgeben. Alle Quests sind zum Anfang auf Invisible geschaltet und erst, wenn du die erste Quest acceptest, also akzeptierst, werden die anderen nach und nach freigeschaltet. Ja, das heißt, wenn wir eine Sektion fertig haben, das steht hier dann auch noch im weiteren Text drin, kriegen wir das nächste. Ja. Wir können mit den WRSD-Tasten im Solarsystem, was wir über die Karte erreichen, KTM wohlgemerkt, das weiß ich schon, das steht hier zwar jetzt nicht drin, können wir die Planeten uns angucken und auf alle Planeten zugreifen und Informationen einsehen. Okay, alle jetzt nicht, aber... So, und jetzt kommt nämlich das Schönste da dran. Nein. Jetzt kommt ein Warnhinweis. Normale Minecraft-Tools sind genervt worden. Also, nutze Tinker-Construct-Tools via Questbook. Ja. Ja, hier sieht man das jetzt. Also sei sicher, dass du dem Questbuch folgst. Viel Spaß beim Entdecken des Universums. So, ich schmeiße dir das mal raus. Ich habe das Thema hier rüber geschmissen, da kannst du das auch mal deinen Zuschauern zeigen. Ja, Tinker-Construct. Pattern-Chest. Hey. Ja, ich werde das jetzt durchlesen, weil kurz Pause machen, durchlesen. Ich blätter das hier einfach mal kurz durch. Es steht eigentlich das, was Commander vorgelesen hat. Und was ich dich nur kurz bitten würde, hast du die Pattern von deiner Pickaxe noch? Aber ja, Quest habe ich jetzt eigentlich fertig, glaube ich. Nee, Quatsch, einer fehlt noch. Nee, doch, habe ich. Ach so. Oh, lol. So, das habe ich. Nein, das muss ich nicht dran. Da muss ich auch nicht dran. Da muss ich dran. Wo habe ich jetzt? Ach. Ja, ich habe sie alle. Ich habe sie mir rausgenommen. Ich muss mir nur Bretter machen. Das habe ich völlig übersehen. Und wenn ich die Bretter nämlich nicht habe, dann habe ich nämlich ein Problem. So. Das. Dann habe ich einen Stick. Zack. So. Dann machen wir den X-Head. Nach dem Pickaxe-Head. Und das Tool-Binding. Da kriegen wir das Tool-Binding. Und den Stick. So, zwei Sticks habe ich schon. Die Pattern da rein. Ja. Das kann ich gleich verwenden. Da steht doch einer glatt schon wieder auf meinem... Hast du eine Chest gemacht? Habe ich gerade gemacht. Okay, weil ich wollte jetzt nämlich auch noch gerade eine machen. So. Tinker's Construct. Pickaxe. Ach, das ist eine... Ich habe den falschen Kopf gemacht. Ich habe einen Axtkopf gemacht, statt einen Pickaxe-Kopf. Ah, super. Axtkopf. Zack. Zack. So, jetzt habe ich eine Holz-Axt. Die kann ich auch erst mal verbrauchen. Und dann muss ich mir nochmal eben... Ach, falscher Tisch. Der da. Dann muss ich mir nochmal eben den Pickaxe-Head machen. So. Und dann funktioniert das Ganze auch. Pickaxe. Eins, zwei. Und dann nehme ich jetzt einen von den normalen Sticks und keinen. Äh. Wirstest du zufällig ein Energieerzeuger? So, jetzt aus dem Kopf? Ja, also ich würde jetzt darauf tippen, den Industry Craft Generator. Wir brauchen nur Redstone. Und Redstone kriegen wir entweder später in den Quest oder wenn wir uns nach unten buddeln, natürlich. Auf die Standardhöhe von Redstone. Ja. Würde ich aber momentan nicht empfehlen, da dort die ganzen Blades zum Beispiel auch rumgeistern. Das ist das Tag. Ah, cool. Wow. Alter, geil. Was hat denn für ein Kopf? Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den Kopf haben. Trail Mist. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ah, 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 ah. So. Ja, jetzt kann ich auch das Ganze mal treten. Ey, genau. Komm mal kurz rüber. Komm mal bitte kurz rüber. Komm mal. Speaking. Ähm. Oh, oh. Schaufel, Schaufel. Tin, Tin. Das ist ein bisschen zu hoch noch. Das ist Tin. Bei welcher Höhe sind wir hier? Äh, diese Sand, also Erz, Sand, gibt's auch relativ häufig an der Oberfläche. Ey, wir haben hier Sonnenblumen. Richtige Sonnenblumen. Das sieht doch voll episch aus mit diesem Modpack. Oh, 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 oh. Warte mal, geht das jetzt? Wo muss ich das noch... Ah, das geht. Der Weinmeiner. Das war gerade eben der Weinmeiner. Alle Blocks, die ich hier abbaue, mit derselben ID. Ja, alle Blöcke haben ja irgendeine ID. Wenn ich dann mit dem Weinmeiner den abbaue, dann werden nur diese Blöcke mit derselben ID hier abgebaut. Das ist richtig geil für Kohlefarm. Bist du gerade Kohle am Farm, oder? Ja. Und hab ne Quest, ja. Name Reward. Ja, hast du wieder die nächste? Okay. So. Jo. Infernal hast du gemacht. Gut. So. Dann wollen wir doch mal nochmal da reingucken. So, was gibt's denn jetzt? Äh, also irgendwie krieg ich jetzt oben kein Update mehr. Ja. Frage. Hast du von Tinkers Construct diese Pickaxe gemacht? Ich hab' Also die Einzelteile? Äh, ja. Ich hab' aber den, außer den Boden Toolrod hab' ich nicht gemacht. Weil er hat die Quest irgendwie nicht angenommen. Ähm. Mochen die Einzelteile nochmal. Ja, weil wahrscheinlich war, ja gut, dann müssen wir dann, du hast schon ne Pickaxe, ne? Ja. Ja, ist ja egal, komm, die ist aus Holz. Mach. Ja. Wir haben noch, wir haben genug Holz. Ich hab' hier auch noch mal zwölf Stück, die ich gerade hier reinschmeiße. Achso. Und ein Stick. So. Das komische ist, bei Tinkers Construct, die Items, die wir dort so machen, also zum Beispiel, äh, die, die, wie heißt das dann noch, die Pickaxe oder sowas, also Fertiggecraftete, die verschwinden gar nicht. Also die spawnen gar nicht. Ja. Die muss man wirklich schon irgendwie zerstören. Ja, ja, ich weiß, die, äh, Tinkers Construct, die Items kannst du reparieren. Ja. So. Nur muss ich dir gerade sagen, bei der Blick auf die Uhr, wir sollten uns beeilen, dass wir irgendwie zum Abschluss kommen. So, Quest nochmal fertig. Ich hab' noch meine Pattern-Chess bekommen. Ach Gott. Ja. Und jetzt haben wir zwei Stück. Und dann müssen wir langsam raufmachen und Essen besorgen. Ja, also Essen sollten wir auch jetzt hier machen. Äh, wobei ich gerade dabei bin, eben noch hier ein paar Erze zu farmen. Äh, die mach' ich jetzt noch eben zu Ende und noch ein bisschen Kohle. Jetzt sind die Quests gekommen. Jetzt hast du sie alle, okay. Ja, das Problem ist, du musst, das hab' ich gemerkt und das hab' ich auch, ähm, so mitbekommen, im Singleplayer, dass wir, ähm, dass du bestimmte Quests nur frei kriegst, wenn du z.B. in einer anderen Kategorie bestimmte Quests schon erledigt hast. Also das wirkt immer, äh, auf zwei Ebenen. So. Jetzt komm' ich noch eben zu dir rüber und dann machen wir den, hier jetzt erstmal einen Cut. Ähm, ähm, ja, wir bleiben hier und werden weitermachen und, ja, so. So, ne? Ja. No, äh, jetzt hab' ich gerade alles von der falschen Taste gedrückt. Äh, so. Ja, wir verabschieden uns von hier aus jetzt. Und ich sage, rührt euch und weggetreten zur nächsten Folge von, äh, Space Astronomy. Die kommt bei, äh, bei dir. Bei mir, ja, gut, dann ist das jetzt auch geregelt. Gut. Und, ja. Ja, von meiner Seite aus, danke, dass ihr zugeschaltet habt. Nächste Folge wird bei mir sein, dann werden wir wieder, wie gewohnt, abwechselnd hochladen. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020